Und dann natürlich muss man natürlich erst mal die Hausaufgaben machen und so. Und dann man macht die Hausaufgaben und man ist fertig, freut sich auf die Cola und dann kommt, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber oft ist es so, dann kommt die liebe Mama unkontrolliert nochmal alles. Sag mal, hast du wirklich die Hausaufgaben gemacht? Natürlich habe ich sie gemacht. Da fehlt aber die Hälfte dies und das und dann muss man nochmal die Hälfte neu machen. Oder es steht, das kann ich nicht lesen und der Lehrer wird sicherlich auch nicht lesen können. Das musst du nochmal neu machen und fertig. Und ja, und so gehen die Diskussionen weiter.